Lassen Sie Ihren Blick über diese Serie von Andy Warhol schweifen. Wer könnte hier dargestellt sein? Ein kleiner Tipp. Der Titel der Ausstellung ist dem Serientitel entlehnt. Sie sehen hier also Ladies and Gentlemen. Und zwar in einem. Abgebildet sind nämlich sogenannte Drag Queens. Bei Drag Queens handelt es sich um Männer, die in künstlerischer oder humorvoller Weise in Frauenkleider und Frauenrollen schlüpfen. Meist tragen sie schillernde Outfits, hochhackige Schuhe und ausladende Perücken. Drag Queens wollen jedoch nicht nur unterhalten. Mit ihrem Auftreten stellen sie auch Geschlechternormen und Rollen in Frage. 1975 wurden Drag Queens in New Yorker Clubs von einem Mann angesprochen, der sie fragte, ob sie für einen Freund Modell stehen möchten. Sie wussten da noch nicht, dass es sich bei diesem Freund um den damals schon sehr berühmten Pop-Art-Künstler Andy Warhol handelte. Warhols bunte Marilyn Monroe Bilder hatten da schon längst die Welt erobert. Warhol fotografierte seine Modelle mit einer Polaroid-Kamera und verwendete diese Fotos als Vorlage für seine Bilder. Eine Praxis, die er seitdem beibehalten sollte. Seine Bilder führte er in der für ihn typischen Siebdrucktechnik aus. Die Dargestellten vereinen Schein und Sein. Ihre glamourösen Outfits täuschen über die schwierigen Lebensrealitäten hinweg. Als Angehörige der Schwarzen oder der Latino sowie oft auch der Transgender-Community wurden sie aus mehreren Gründen diskriminiert. Ein Interview mit einer der Dargestellten, Marsha P. Johnson, weist auf die traurige Ironie hinter dieser Bilderserie hin. Während ihr Porträt für mehrere tausend Dollar zum Verkauf angeboten wurde, konnte sie sich nicht einmal wirklich ein Dach über dem Kopf leisten. Untertitelung des ZDF, 2020